Das Office for National Statistics ist eine Behörde im Vereinigten Königreich, die mit der Sammlung und Veröffentlichung von Statistiken in den Bereichen Wirtschaft, Bevölkerung und Gesellschaft auf nationaler und lokaler Ebene betraut ist. Aus historischen Gründen gehört zu ihm auch das Generalregister Office und ist daher auch für die Erfassung von Geburten, Sterbefällen und Heiraten in England und Wales verantwortlich. Das ONS wurde am 1. April 1996 durch den Zusammenschluss des Central Statistical Office, des Office of Population Kansas and Surveys und der statistischen Abteilungen des Department of Employment gegründet. Sitz des ONS ist in Pimlico, London mit anderen Büros in der Stadt Newport, Titchfield in Hampshire and Southport. Grundlage vieler ONS-Statistiken ist die im Jahr 2011 durch das GSS-System abgelöste ONS-Godierung.